Hallo, es kommen immer mehr Asus TUF Gaming Laptops hier zu mir an, zunehmend leider mit Prozessor defekt und hiervon sind die Reisenprozessoren besonders betroffen. Das wissen wir, dass diese Prozessoren laufen sehr heiß in diese Geräte, die 100 Grad knacken die recht schnell und trotz der Herstellerangaben, es scheint nicht sehr gesund zu sein und was ich bei Prozessoreffekten immer immer finde, ist hier zu sehen, es ist die originale Wärmeleitpaste, hier aufgetragen Und na bitte, was für eine Menge ist das? Also ok, Wärmeleitpaste muss sein, aber nicht so viel, es ist schon eine Isolierung, also was ist das denn? Und dann bewundern wir, dass das so heiß läuft. Also ich würde jedem raten, Wärmeleitpaste zu tauschen. Es ist nicht zu erwarten, dass dann die Temperaturen ruckzuck runter gehen, schon dieser Mini-Kühler ist ein Witz, aber vielleicht kann man das lebende Prozessor noch einige Monate verlängern. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.